Den Hüftbeuger dehnen oder doch kräftigen? Wohl kaum ein Muskel wird kontroverser diskutiert wie dieser. Mit unserer Serie Dehnen für absolut Unbewegliche ist es mein Ziel, ja, wirklich endlich Klarheit zu schaffen in dem Thema. Dein Hüftbeuger wird es dir danken. Liebe Freunde der Gesundheit, schließ dich uns an, wenn du dein Leben endlich fit und schmerzfrei genießen möchtest. Hier bekommst du praxisnahe Tipps und das Wissen von Experten. Mein Name ist Ringo Mosch, ich bin Experte für neurofunktionelles Training. In dem heutigen Film Dehnen für absolut Unbewegliche soll es um diesen Hüftbeuger gehen. Im Film zum Thema Beinrückseite habe ich auch schon ein bisschen genauer erklärt, wie das Ganze funktioniert, aber hierzu nochmal eine Kurzfassung. Also der Hüftbeuger ist ein Muskel, der hat zwei Köpfe. Der eine geht vom Oberschenkel hier in die Beckenpfanne rein und der zweite geht hinten an die Lendenwirbelsäule. Und seine Funktion ist erstmal, der beugt im Prinzip die Hüfte, wie der Name schon hergibt, und hat vor allen Dingen auch eine sehr, sehr wichtige Funktion zur Stabilisierung des Beckens. Also das ist ganz, ganz entscheidend, weil er verbindet im Prinzip das Bein mit dem Becken und der Wirbelsäule und hat somit eine hohe statische Funktion, den ganzen Mensch aufrecht zu erhalten und das ganze Konstrukt Becken, Bein und Wirbelsäule miteinander zu verbinden und zu stabilisieren. Ihr hört schon öfters das Wort stabil, also das ist wichtig. So, nochmal eine Kurzfassung, was macht im Prinzip unser Gehirn? Der Hauptjob unseres Gehirns ist es, unser Überleben zu sichern und es hat auch ganz schön viel damit zu tun, den aufrechten Stand im Prinzip erstmal aufrecht zu halten. Und in dem Augenblick ist es wahnsinnig wichtig, dass der Muskel vor allen Dingen auch erstmal stark ist und das Gelenk sicher ist. Ist es nicht sicher, inhibiert das Gehirn Beweglichkeit. Also es wird dann steifer und wir beginnen zu dehnen. Ja, und wir denken uns, okay, die Spannung muss raus, wir dehnen, wir dehnen, aber die Beweglichkeit möchte einfach nicht besser werden, weil eventuell wirklich erstmal die Stabilität im Gelenk fehlt. Und in dem Augenblick wird das Gehirn einfach seinen Job tun und es schafft Stabilität durch Spannung. Deshalb ist es im ersten Schritt immer wichtig, den Muskel erstmal zu kräftigen und im zweiten trotzdem zu dehnen, weil durch das viele Sitzen und Co. und ja, zu wenig Bewegung der Hüfte entsteht ja trotzdem auch oft häufig viel Spannung und deshalb ist erstmal beides richtig. Was bei euch jetzt relevanter ist, das können wir ganz einfach testen und deshalb beginnen wir jetzt auch erstmal mit einem Test und dann zeige ich euch eine Übung, die den Hüftbeuger kräftigt und eine Übung, die sie dehnt. Viel Spaß! Gut, für den Test habe ich mir mal den Marc hergeholt, unser Kameramann und wir haben jetzt hier eine Liege, das könnt ihr auch mit einem stabilen Tisch testen, ihr braucht halt irgendwie so ein bisschen eine Erhöhung, der sogenannte Thomas-Test. Marc, setz dich mal hinten an die Kante und ihr müsst wirklich ganz an der Kante sein, also noch weiter vor, ich halte die Liege bis hin, ja, und leg dich dann nach hinten ab. Perfekt! Und zieh mal das linke Knie zu dir ran, genau, Hals fest mit beiden Beinen, und jetzt das rechte Bein einfach ganz locker hängen lassen. So, ist der Hüftbeuger jetzt eher verkürzt, steigt das Bein hier auf, ist das Bein ungefähr neutral in der Achse, dann ist die Beweglichkeit schon in Ordnung, wenn es jetzt sogar leicht nach unten fällt, ist es wirklich schon sehr, sehr gut von der Beweglichkeit und dann sieht man beim Marc hier eher, dass der Unterschenkel, das ist auch noch wichtig, also hier ein bisschen nach vorn geht, das bedeutet eher, es ist etwas viel Spannung auf seinem Oberschenkelmuskel, den könnten wir dehnen, aber der Hüftbeuger an sich ist wirklich erstmal sehr, sehr gut beweglich, deshalb ist für Marc in dem Augenblick, wenn das bei euch auch so ist, die Kräftigung des Hüftbeugers eher im Vordergrund zu sehen und die Dehnung an zweiter Stelle. Gut, dann lasst uns loslegen. Gut, zur Kräftigung sucht ihr euch am besten, irgendwas, wo ihr euch festhalten könnt, also ich nehme jetzt die Hände an die Wand, ihr könnt auch einen Türrahmen oder irgendwas nehmen und stellt euch hier gegen die Wand und hebt erstmal das Bein ungefähr auf einen 90 Grad Winkel an. Wichtig ist zu verstehen, das Bein von hier bis 90 Grad moderiert und ja, führt primär der Oberschenkelmuskel und ab 90 Grad wird der Hüftbeuge erst so richtig aktiv. Natürlich ist der aber auch weiter unten immer mit dabei, also es sind immer beide Muskeln, aber deshalb zur Kräftigung geht auf 90 Grad, haltet ihr euch leicht fest, drückt gegen die Wand und spannt den Bauch erstmal gut an und dann unter Bauchspannung das Knie so hoch anheben, wie ihr könnt und wieder auf 90 Grad gehen. Und das Ganze machen wir jetzt mal so für ungefähr, ja, 30, 40 Sekunden. Ihr werdet dann auch spüren, dass das relativ schnell anstrengend wird. Und wichtig ist, übertreibt es dabei am Anfang nicht, also der Hüftbeuger braucht erstmal wieder überhaupt ein bisschen Bewegung und der ist dann auch recht schnell sauer und verspannt sich sonst, wenn man es zu lange macht. Ich mache jetzt mal noch 5, 4, 3, 2 und 1 und nochmal kleine Bewegungen am Ende und ab. Das reicht schon. Wir machen direkt die andere Seite, ihr könnt auch direkt mitmachen bei den Übungen. und wieder darauf achten, dass der Bauch fest bleibt, weil das fixiert euch die Wirbelsäule und umso effizienter ist die Übung, dass ihr nicht aus dem Hohlkreuz nach oben zieht und auch hier die letzten 5, 4, 3, 2 und nochmal kleine und ab. Gut, jetzt haben wir schon was für die Kräftigung getan, zum Dehnen gehen wir nach unten auf die Matte. Gut, zum Dehnen des Hüftbeugers wäre es ideal, ihr habt irgendwie einen Stab zum Festhalten, ihr könnt aber auch einen Tisch nehmen auf der Höhe oder einen Stuhl, wo ihr einfach vor euch aufstellt und ihr geht so ungefähr in diese Position, also winkelt euch hier 90-90 ab, drückt den Fuß, das ist jetzt ganz wichtig, erstmal kräftig in den Boden und spannt den Bauch an. Und um die Bauchspannung weiter zu erhöhen, drückt ihr mit den Armen nach unten, Richtung Boden, weil dadurch ist der Bauch automatisch an und wir kippen nicht so nach vorn, sondern fixieren erstmal das Becken. Und jetzt arbeitet ihr erstmal nach vorn in die Dehnung, Marc blendet hier auch einen Pfeil ein, also wir schieben immer das Becken erstmal vor, zurück und gehen so erstmal ein bisschen leicht dynamisch in die Dehnung rein. Und dann bleibt ihr mal in der Dehnung drin und haltet die Dehnung und jetzt kommt der Clou da dabei. Jetzt nehmt ihr eure Augen und guckt mit den Augen nach oben, in dem Fall bei mir so ungefähr Richtung Stabspitze und dann schaue ich wieder nach vorn auf meine Finger, die vor mir sind und ich gehe weiter in die Dehnung. Der sogenannte okkulomotorische Reflex sorgt dafür, dass das immer weitergeht. Ich wiederhole das, also ich schaue wieder hoch, nach oben, wieder nach vorn auf meine Finger und gehe weiter. Das Ganze machen wir jetzt noch so drei, vier Mal. und noch weiter und noch ein letztes Mal und dann gehe ich noch mal so weit, ich kann in die Dehnung herein und halte das Ganze. Jetzt ruhig noch mal so für 20, 30 Sekunden halten und dabei tief nach unten atmen, ins Becken, ja stellt euch wirklich vor ihr Atmet in den Hüftbeuger und lasst mit der Ausatmung die ganze Spannung raus. Es wird immer weicher und ihr könnt wirklich loslassen und dann lösen. Gut, und dann wechseln wir die Seite, richten uns wieder aus, erst den Fuß hinten nach unten drücken, hier wieder Spannung aufbauen und wir beginnen die Hüfte wieder vor, zurück zu schieben und auch hier wieder darauf achten, dass die Wirbelsäule stabil ist und ihr nicht hier ins Hohlkreuz geht, sondern deshalb den Stab oder den Tisch, den Stuhl nach unten drücken. Okay, und dann wieder halten in der Dehnung und jetzt wieder den oklomotorischen Reflex, ich schaue mit dem Auge nach oben ins Augenlid, so für zwei, drei Sekunden, schaue wieder nach vorn auf meine Finger und gehe weiter in die Dehnung. Und jetzt wiederholen wir ein paar Mal, wieder hochschauen, nach vorn und weiter. Wer mehr zum oklomotorischen Reflex wissen will, das hat Freddy in mehreren Filmen schon erklärt, man kann da ja irgendeinen dazu noch einblenden. und einmal noch hochschauen und jetzt noch mal so weit, wie ihr könnt, reingehen und jetzt halten wir noch mal für 20, 30 Sekunden und verbinden es mit einer langen Ausatmung, lasst locker, lasst das Becken weiter nach vorn fallen. Perfekt, und wieder rausgehen aus dem Ganzen. Gut, ich empfehle euch vor allem die Kräftigung, ja wirklich mehrmals, am besten Fall täglich einzubauen, weil der Hüftbeuger braucht Zeit, aber den kann man wirklich oft trainieren. Ja, und die Dehnung je nach Bedarf, wenn ihr fühlt, da ist recht Spannung drauf, dann dehnt. Um die Gelenke wirklich dauerhaft richtig abzusichern, dass sie sich gar nicht erst wieder verspannen, weil, wie gesagt, es geht vor allem um Sicherheit. Ja, empfehle ich vor allem unseren neuen Pilates-Kanal, Marc blendet die Jenny mal ein, weil Pilates hat schon immer das Thema Zentrierung der Gelenke, Stabilisierung mit Beweglichkeit perfekt in einer Symbiose verbunden, wie keine andere Methode, die ich kenne. Deshalb probiert es einfach mal aus. Ja, und wenn euch das Ganze getaugt hat, gebt euch wie immer gerne einen Daumen hoch, teilt den Film an andere und ja, dann viel Spaß beim Üben. Euer Ringo. Euer Ringo. Euer Ringo. Untertitelung des ZDF, 2020